So, es ist wieder Trapper Zeit. Was spielen wir denn diesmal? Shotgun, was ist denn dieses Stasis Gunnade? Hier würde ich gerne mal sehen, was die macht. Slow Team so kurzzeitig. Stasis Gun. Ich weiß ja auch was macht. Der scoutet nur oder was? Ok, der verschießt halt die Kugel. Probieren wir mal mit dem. Den Crow. Probieren wir mal was der so kann. Jetzt haben wir einen Schwarzen dabei. Oh ne, wieder der Beeman. Find ich eigentlich auch ganz cool. Gefällt mir. Das ist auch eine neue Map, die kennen wir noch nicht. Crow is the Trapper. He hunts and traps the monster. Gobi, your pet Batray, outlines any nearby creatures. Send him in any direction and he'll sniff out the monster. The Stasis Gunn slows the monster down. Rapid fire shots slow the monster for a very short time. Hold the fire button to charge a shot, which slows the monster longer, allowing you to switch to other pieces of gear. Quick bursts with your long rifle do normal damage, but holding the fire button charges a shot, which ignores the monster's armor, dealing direct damage to its health. Das ist natürlich auch ganz cool. Remember to use your mobile arena. Piu 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 Ich bin gespannt, wir spielen natürlich wieder gegen den Behemoth. Gegen den habe ich, äh, vor dem habe ich jetzt schon ein bisschen Respekt. Was ist das? Wie kann ich das denn tun? Wie ist das? Mr. Krull, ein device auf deiner. Neotenic Stimulator. Ja, das. Es funktioniert auf anderen Kreaturen. Ein Armadon, vielleicht? Oh, äh, nein. Es muss ein kleiner Haar sein, sonst hat dein Haar beginnt zu verblicken. Ein kleiner Haar? Wann ist Abraham schlafen, ich weiß. go go power rangers mighty morphing power rangers so ab gehts durch die kuppel mein kumpel sieht ganz cool aus da hinten ist er doch jetzt sieht ein guter punkt zum kämpfen aus der kennt auf jeden fall die map von deinen kars kreis, ha 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 ich will mal gucken Nice! Ah! No! Hello, Inshipman! The reno ran out! Show the move! Help me! Stop! Sit! Tell me! Feel better? Of course! I hit! I'll get that spot! Get me up! Gunbox! Dodge! I'm to act to you! Don't die! I'm gonna go! I'm going to fly! I think he wants something from me. I'm having a little fleshy-headed... komm das können wir doch hin grunt den doch einfach ja da habe ich ihn bekommen schon er war eigentlich auch ganz cool der hat halt nichts zum festhalten der hat halt die kuppel und dann kannst du ihn halt immer wieder slowen aber der slow head halt eigentlich richtig lange das heißt du kannst dann auch schön auf ihn snipen und deine teammates können dann auch irgendwie flüchten das ist eigentlich ganz cool der hat mir gefallen ja mit dem pad kann man eigentlich auch ganz gut scouten kann es halt irgendwo los schicken und dann scoutet er alles mit seinen ultraschallohren ich habe das hier gerade auf dem schoß gehabt aber gerade beim vibrieren kann es dann wieder mal runtergerutscht und sonst so ein paar gemacht zeit dauerhaft und kissen und extra drauf auf jeden fall sehen wir uns gleich zu einer neuklasse wieder nachdem